Ich habe jetzt hier gerade eben angefangen zu schneiden und da ist mir aufgefallen, dass ich mal wieder überhaupt nichts geschwätzt habe in den letzten Tagen, Wochen, was auch immer. Also ich war ja noch in Lima, hatte da eine echt coole Zeit, habe bei der Familie da gewohnt, die haben mich in die coolsten Restaurants eingeladen, danke doch nur dafür. Dann haben sie mir zu Weihnachten noch geschenkt, äh, zu Paragliden zu gehen, zu Paragliden, zu whatever. Und das kann man da machen in Miraflores, das ist so ein Stadtteil von Lima, da im Hüften, also von der Costa Verde heißt das, da ist so eine Heiligüste da. Und dann kann man da so ein paar Minuten Paragliden, ich habe dazu auch Aufnahmen, Onboard-Dings, aber die sind jetzt auf einer SD-Karte und ich kriege es von der SD-Karte nicht auf meinem Tablet und Pipapo. Auf jeden Fall gibt es da nur die Bilder, die vom Boden ausgefilmt werden. Und anschließend sind wir dann wieder zum Strand gefahren und da habe ich dann Silvester verbracht. Ich bin hier auf einer fancy Silvester-Party und hier gibt es so geiles Essen, hier ist gerade noch das Snack-Buffet aktuell und es schmeckt so geil. Ich war pop-satt nach der Vorspeise, habe mich dann beim Hauptgang vollgefuttert und jetzt finde ich hier so einen Scheiß an. Was zum Geile soll ich essen, Alter? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Und ja, inzwischen bin ich nach 16 Stunden Busfahrt in Arequipa angekommen Und hier gibt es nicht so viel zu sehen Hier gibt es einen Kolka Canyon, den werde ich jetzt am Wochenende machen Das ist der tiefste Canyon der Welt Und ansonsten mache ich hier Sprachschule und schaue mir die Stadt an Oh, scheiße, das ist kacke